Hallo, ihr möchtet gerne heute von mir wissen, was wir bei uns im Hause zum Aperitif anbieten können. Wir haben einen selbstgemachten Sekt im Angebot. Ich möchte gerne zeigen, wie wir den Sekt problemlos öffnen können. Dazu nehmen wir eine sogenannte Sektkralle. Wir müssen vorsichtig die Agraffe lösen, immer mit einer Hand oben auf dem Korken. Man sieht jetzt die vier Einkerbungen der Agraffe. Jetzt setzen wir ganz leicht die Sektkralle auf und lassen den Korken langsam herausgleiten. Des Weiteren haben wir auch noch ein schönes Produkt bei uns im Hause. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Le Baiser heißt auf Deutsch das Küsschen, auf Schwäbisch vielleicht der Kuss. Es bedeutet, es wird ein fertiger, schöner, kräftiger Rosé mit Bio-Orangen versetzt. Es ist eine Heidenarbeit auf gut Deutsch. Die Mitarbeiter fluchen immer, wenn der Chef das macht. Aber das Resultat ist nachher hervorragend. Diese Bio-Orangen werden geschält und wird mit diesem kräftigen Rosé versetzt. Wenn wir fertig sind nach vier Wochen und wir zur Abfüllung kommen, wird dieses Getränk noch mit einem 20 Jahre altem Weinbrand veredelt und ist dann nachher zum Genuss bereit. Es schmeckt ausgezeichnet pur, auf Eis, mit Orangensaft oder mit ein bisschen Soda. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.